Crenge Roy Leute und es ist Donnerstag und uns erwarten wir neue Aufgaben vom Battle Pass Und diese Woche müssen wir wieder Gnome suchen, das zweite Mal, es gab ja schon mal so eine Aufgabe Hungrige Gnome und der erste ist hier in Lucky Landing, ich zeige es euch sofort wieder, kurz und knapp Den holt ihr euch einfach ab, der ist hier bei diesem Haus, also beim L von Lucky Landing, beim zweiten Da geht er einfach rein und holt euch das Teil Und ihr hört die auch immer wieder, also da müsst ihr wieder ein bisschen auf den Sound auch achten Hört ihr es? Er hat schon hier was gesagt und im Kühlschrank, da treibt er sich rum Einfach den Kühlschrank hier weg machen und guck mal, meins, 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 jetzt ist er unsers hier Guck mal, haben wir den, schon eins von sieben und ich werde euch jetzt wie alle Positionen zeigen Und danach heißt es wieder eliminiert werden, oh die Runde zu Ende spielen Aber auf keinen Fall hier auf Match verlassen gehen, weil sonst zählt es nicht Und den nächsten zeige ich euch jetzt gleich So und der zweite hungrige Gnome ist hier in Retail Row, ihr müsst euch immer denken, wo würde ein hungriger Gnome hingehen Erstmal in Einkaufszentren, ein bisschen was essen und so weiter Also erwartet der uns hier in diesem Laden Im Mams Da gehen wir rein und holen ihn jetzt ab hier Der will ihn sich glaube auch schon holen Ich muss den hier kurz lehren Okay komm gönn dir, gönn dir den Zwerg hier, wir wollen alle dasselbe So, gönnen wir uns den Und da ist schon der zweite am Start Er applaudiert mich, finde ich auf jeden Fall korrekt Macht noch Money Rain ein bisschen Perfekt und jetzt können wir den nächsten holen Und Gnome Nummer 3 haben wir hier an der kleinen Fußballhalle Da müsst ihr einfach hinfliegen Und da chillt der im Tacoladen Und Leute lasst auf jeden Fall auch mal ein kostenloses Abo Da macht die Glocke auch noch gleich an Weil in Season 5 werde ich euch wieder immer helfen Diese ganzen Herausforderungen zu bewältigen Hier haben wir nochmal einen Und damit schon der dritte von sieben Also wir sind auf einem guten Weg So und Gnome Nummer 4 ist in Greasy Grove Und will sich hier ein paar Burger gönnen Im Dörr Burger hängt der ab Und Leute überlegt euch das wirklich mal mit dem Abo Ihr müsst ja auch nicht jedes Video anschauen Ihr könnt euch nur die interessanten angucken Und wir hören ihn auch schon Yummy 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 Streiter Heißt so viel wie lecker auf Englisch Und guck mal hier Da ist er auch schon, das Werk Nehmen wir hier mit Und haben hier schon die vier von sieben Dann haben wir noch einen hungrigen Gnom Hier in Salty Springs Der ist so hungrig Der will sogar schon zur Tanke gehen Und sich da irgendwelches Proviant snacken Dass er dann ein bisschen essen kann Dass der Hunger weg geht Und der ist nämlich genau hier drinnen Hier seht ihr an Leute Sammeln wir mal einen Nehmen wir mit hier das Teil Und der soll uns hier auch direkt wegkillen Weil da haben wir die Aufgabe erfüllt Ohne das Spiel zu verlassen Dankeschön mein Bruder Hier in Pleasant Park haben wir auch noch einen Das ist jetzt der sechste von sieben Aber ich hab mir spontan überlegt Komm ich zeig euch einfach noch einen mehr Für alle die vielleicht irgendwie einen verpasst haben Oder weiß ich auch nicht Da seht ihr gleich noch einen mehr Einfach hier Wir hören ihn schon Da hinten drin Guck mal in der Ecke ist er Nehmen wir mit Und direkt Direkt weg Komm Ach du siehst mich Jawohl Es gibt auch noch einen Gnome Der ist so hungrig Dass er sogar schon in Tilted Towers geht Ey Der ist richtig Richtig gefährlich Und zwar ist er hier Auch im Essensladen drin Guck mal Neben den Getränken ist er Und hier Sammeln wir auch noch einen Das waren jetzt hier schon sieben Aber ich zeig euch jetzt gleich noch einen So Und der achte Gnome von sieben Treibt sich in Risky Reels rum Ich bedanke mich schon mal fürs zu Ende schauen Vom Video Wie gesagt überlegt euch das wirklich mit dem Abo Jetzt nochmal zu Season 5 hier Komm da haut doch nochmal eins raus her Und der ist genau hier in dem Gebäude drin Leute Also wenn ihr hier bei Risky Reels unten links seid Bei mir erscheint der jetzt schon gar nicht mehr Weil ich ja schon alle habe Dann sind die Gnome natürlich auch wieder weg Aber genau hier sollte er sein Hier ist eine Soliteke Und da in der Ecke Ihr hört den ja dann eh Ich bedanke mich fürs zu Ende schauen Leute Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Und hoffe ich konnte euch mit dem Video helfen Euer Crunch Royale